Nein, okay, normalerweise habe ich eigentlich Schlagen auf Rechtsklicken und auf Linksklicken. Wenn ich weiß, ich One-Secke jetzt, also wenn ich halt, ich kann natürlich auch so One-Secke, aber wenn ich richtig alle drunter zum Beispiel mache. Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist am Punkt, rennt. Ah cool, Partikel bekommen. Ist der schon in der Mitte? Der Woe, der, nein, der ist unten. Ähm, jetzt ist er in der Mitte. Er hat es geschafft. Er hat hier das Blocker-MG in der Mitte gepackt. Ich mache trotzdem mit der MG, ne? Ah, der hat zwei volle Shorts. Könnt ihr ihm in der Side-Base spawnen, oder wollt ihr die Fahrt rausziehen? Der ist auf jeden Fall schon oben. Hab nichts, wir haben uns ein bisschen wie am Base-Ban noch. Ja komm, gib runter. Nicht sein Ernst. Ja, oh mein Gott, Digga, hat er dich auf Late. Das hat er gut gemacht, also da kannst du nichts tun. Ja, aber du hast ihn trotzdem noch. Sieben Gold gelootet. Ah, ha, 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 ha. Er ist safe? Ja, ja, ich habe sieben Gold. Hat er ein EC? Ja, ich habe ein EC. Jungs, geht weiter, schnell, Base. Schnell. Jetzt ist das weg, unten. Pass auf unten. Bist du Base? Schnell. Du musst einfach sterben. Zwei, zwei Runden, stirb schnell. Was wollen die unten machen, Digga? Gott, der eben Tim hat gespürt. Ich hab nichts gesagt. Der nimmt mich hoch. Und, der ist einer in der Mitte. Der ist low. Hast du EC? Ja. Ach, toll, drinnen. Ich bin screwed, feel my only channelin'. Ja, I do just what I do. Und, I hope you let me in, let me in, yeah. Ich bin grateful, oh yeah. Able, oh yeah. Ich bin stable, oh yeah. No label, oh yeah. Du kennst mich, ich habe nur ein path. Ich bin lonely, aber ich werde, ja. Ja, Luca, wenn die Mitte bauen, brauchst du gar keinen Support, oder? Nö. Das kommt jetzt unten, das rief, ne? Das war zu 100% sicher. Willst du nochmal Gold holen? Ich war lange nicht mehr oben. Zeig dir, 8 Gold war ich nicht oben, also da müssen du nochmal 10 Gold holen, oder so ist die. Die können... Minus-Movement. Bwerfen, ne? Ich glaube. Nein, die haben 0 Gold gesaved. Ja, aber... Ja, Cotty hat sich auch noch von da, weiß ich wieder, alles gut. Cotty wollte sich gerade suiciden, hat sein Rüstmask gezogen. Ja, die EC ist da, ich wusste. Oh, warte. 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 Ich kann schonmal reiß auf dein Brot. Wir können eigentlich schon wieder liefern, ist die Sache. Ja, Mitte und oben. Der vordere Typ ist 1-Hit, also einer 1-Hit, der andere 2-Hit. Oh jetzt kommt noch einer. Der dritte hat da gar nichts. Der eine geht über Dach. Ja, beide. Hast du die Bauwäsche noch länger bauen? Ja, mach ich jetzt noch. Ich hab bloß Jöcke geholt. Alle Dach. Da kommt wieder einer, das muss irgendwie ein Loch oder sowas reinkriegen. Lief Dach weg, als erstes. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Da sind wir sehr,ăr. Und auf und auf und we'll go. Through the wastelands, through the Highways. To my shadow, till the sunrays. Und auf und auf und we'll go. Through the wastelands, through the Highways. Und auf und auf und we'll go. ARD Text im Auftrag von Funk Ah ja, hab keines, aber wenn eines in der C liegt, hab ich ja... ne. So, oder? Losshiften, jetzt schichten, ne? Haben die Squadrips aufgefüllt, Remis? Nein. Warporder, eventuell in die Zim unten? Oh, Junge, man hat juckt. Soll ich kurz blieben, komm jetzt doch. Kann ich eigentlich alleine halten? Geklaut. Kann ja nochmal rüber... Ähm, Pfichten wieder. Vielleicht haben wir nochmal Pfichten zu gehen. Ne, deswegen halte ich nicht mit. Wenn's ja ein paar Farmen oder so wird, doch. Voller gewann sich runter. Ja, und deswegen unterlaufen. Was für die Treppe? Manche mit der Treppe, ach halt. Wir haben halt in der Mitte irgendwie kaum Glück. Drei Leute jetzt, oder? Alle drei unten. Mhm. Wenn keine Schichten ist, alle unten. Wenn eine Schichten ist, dann gehen alle unten. Wenn eine Schichten ist, dann gehen alle unten. Ja, jetzt sind 2.000. Ja, jetzt sind 2.000. Ja, jetzt sind 2.000. 110 ist Erste. Zweites Laufen. Das ist ein Funiko. Ja, da ist die 1.000. Dürren, Stader einfach. Luca down. Ich hätte den denn echt geflautet. Was laberst du, Tim? Sieg, 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 sieg Wir haben zwei Specs Ja, okay Okay, der geht hoch Alle gehen unten? Ne Der geht aber auch gleich unten Baseball, pass auf Können wir den Bogen nicht nach rechts locken Von unserer Bus Der baut jetzt Anti-Mobile Und wo ist denn ein Bogen? Kann ich den treffen? Ne, ne Der hat ein Dinos Klang wohl Vier Belsen Die Facts für uns, ich check, ihr könnt so weit ins Bogen Ja, das fehlt noch nicht Dann kommt wieder einer Aber hat er sich nicht Wett spliffen einfach rein? Ne, rechts wird, ja Boah Und wenn der Eisenpicke, würde es wusste, glaube ich Wenn der nicht von oben rein spliffst Dann kann ich unten spliffen Aber jetzt noch nicht Der läuft ja gerade mit uns Ja, der Boah, der hat ja nicht gemerkt Der kann man nicht abschießen Pass auf, kommt hinten einer hoch Sammelt die Blöcke ein Die dort liegen Kommt wieder jemand auf TSP? Ja, weil tausend Leute noch immer auf Cartel sind Warum? Immer Ja, mach ich Platz Na jetzt Was? Danke Ich wusste, dass du Gottbogen kickst Hä? Ich wusste, dass du Gottbogen kicken wirst Gottbogen? Jo Ey, das ist so schlecht der Typ, ne Danke Imola Jo Danke, ne? Ja Danke Kein Ding Ja 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 Ich hab nichts zu flamen Außer unten und unten seh ich nichts Oh, die Schafe kommen göttlich Der im Bett hat sich jetzt schon gezeigt Mach nochmal Wie viel Schafe hast du noch? Mach nochmal Mach nochmal Mach nochmal Mach nochmal Mach die vier noch rein Mach das keine Blöcke Du mal mit deiner Bombe, Jona Ey, die haben jetzt keine Schicht Die Kraten-Täter der Welt Der Typ ist so los 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 Darius Leader Ich glaub's ja nicht Hä? Gibt ja beide Halt mal erst die Fresse Ja Ähm Das Bett ist wieder Ähm Double in den Ja Die Double in den Ähm Ja Ähm Das ist eine FW Sehr gute, Aldi 13 Erweggelt Hast du die Double P down? Na Ne Ne Da ist ne Stärke vor euch Triff yem Booth den Booth Jifier Ja, der tut, ich lag, tut. Yo, die Godline. Die Godline. Radet mal AB und G-Roy an. Finds euch ein Lame? AB und G-Roy. Der soll dafür auswachsen. Leeroy ist überhaupt, ist Leeroy TS? Nein, ist er nicht. Dann, nur AB. Nice. AB kann spam, ne? Keep on movin'. Through the troubles now. Through the ending. On the ocean. Keep on movin'. Through the troubles now.